Eine echte Ritterburg als neues Zuhause. Alles voll nice. In hier bloß nicht so viele schrumpelige Omas und Opas wollen. Meine Burg ist nämlich ein altes Heim. Aber zum Glück gibt's hier Wilde Sieben. Die coolste Bande der Welt. Vera war mal eine berühmte Schauspielerin. Es ist wunderschön, Fans zu haben. Horst, ein berühmter Fußballtrainer. Männer und Frauen. Ja, die auch. Kilian und Professor. Hand ist weg, der Holzköpfe. Wir sind die besten Freunde und wir lösen Kriminalfälle. Kriminalfälle. Ich hab heute Nacht deine Stimme gehört. Es war ein Flüstern. Ja, was für merkwürdige Dinge. Das waren rauere Gesellen. Man sagt, die schmucken ja manchmal immer noch rum. Jetzt geht's auf Geisterjagd. Alter! Ich suche Scheuer! Für die Schulmannschaft bist du nicht gut genug. Ich fahrt sie zum Duell. Und Max spielt bei uns. Das ist viel zu gefährlich. Gefährlich ist der erste Putz nach dem Durchfall. Oh! Mann, die Pass! Wir, das ist mein Traum, nur mit unserem Doppelpass machen wir jeden Opa nass. Jetzt hab mal auf, mit diesem Fußballquatsch wäre meine Fall zu lösen. Du, pass auf. Ich bin gleich wieder da. Bist du auf Geisterjagd? Ich sehe eine Prüfung auf dich zukommen. Das ist ein böses Omen. Ach, was macht ihr das hier? Wir helfen. Irgendem Geist. Ich geb des Geistes. Genitiv. Wie siehst du denn aus? Ist dein Föhn explodiert? Was sind denn die Profis? Wir müssen uns auf die Geisteroma konzentrieren. Ohne mich. Ich bin dabei. Mich, du bist zu wasch. Klaus. Da ist jemand. Die Geisteroma. Es gibt sie wirklich. Ich bin dabei.